Was ist los? Gruppenführer, sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Sehen sie sich an, wir müssen sie mitnehmen. Zimmer durchsuchen. Was ist mir die erste kleine Gaping einzuschlagen? Was ist mir die erste kleine Gaping einzuschlagen? Was ist mir die erste kleine Gaping einzuschlagen? Bleiben bleiben! Halte! ARD Text im Auftrag von Funk